Dann haben Sie uns noch ein besonderes Werk mitgebracht, eben Copeland Music for Movies. Was verkörpert dieses Werk für Sie, warum steht es signifikant für Sie? Das hat für mich fast alles drin, was das Orchester so gut kann. Erstens haben wir das amerikanische Element dabei, der Aaron Copeland war wirklich einer der, ist vielleicht einer der bekanntesten amerikanischen Komponisten neben Philip Glass. Aber Aaron Copeland ist wirklich ein Urvater der amerikanischen klassischen Musik. Wir haben zwei Werke auf dem Programm der Philharmonischen Konzerte dieses Jahr. Eins von Aaron Copeland, Appalachian Spring, sein vielleicht bekanntestes Werk, und von einem Lieblingskomponisten von mir, von Samuel Barber, spielen wir sein Violinkonzert mit einer sehr, sehr begabten jungen Geigerin Charlotte Thiele. Ich freue mich sehr, dass sie nach Bad Reichenhall kommt. Und wir haben das große Glück, dieses Programm in Bayreuth im markgräflichen Opernhaus zu spielen und darauf freue ich mich sehr. Es lohnt sich also, die Philharmonischen Konzerte unserer Abo-Reihe zu besuchen. Und natürlich ist klar, Konzerte, die nicht stattfinden, die müssen Sie auch nicht bezahlen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken und ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Spohr. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und vor allem wünsche ich mir, dass sich die Zeiten ändern mögen. Das stimmt, vielen Dank. Ich freue mich auch insbesondere auf Sie, liebes Publikum. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir vorhaben und was wir spielen. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Vielen Dank. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen Sie in unsere Konzerte, schauen Sie an, was wir sehen. Kommen 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 Sie an, was wir sehen. Vielen Dank.